Kenne Deine Pixel Das Ding ist, ich glaube, doch die Zeit ist pausiert, ne, wenn wir hier drin sind Ist halt die Frage, denn gerade so was Fischen angeht, ne, vielleicht sollten wir uns jetzt im Winter auf die restlichen zwei Tage noch irgendwie mehr oder weniger ansatzweise darauf konzentrieren Und die Wohnungseinrichtung dann vielleicht echt im Frühjahr dann einfach machen Quasi so eine Art Frühjahrsputz und dann hier auch mal aufräumen im Sinne von Neu-Arrangement der ganzen Einrichtungen, hast du nicht gesehen Würde ich einfach mal sagen, oder? Ich meine, die Zeit läuft jetzt nicht weg, das ist so das Ding Aber wir kümmern uns erstmal so etwas noch um den Tag So, hier ist erstmal wieder ein paar Pale Ale fertig Da können wir gleich nochmal was nachlegen Den nehmen wir auch, aber packen wir erstmal hier rein Genau, wir haben glaube ich auch noch Kohle und, genau, Eisen So, die Omnigeat behalten wir Diese ganzen Einrichtungssachen packe ich demnach nochmal in die Truhe Achso, hier können wir mal kurz gucken Schnee und Very happy Auch eben mit ihr reden Oder auch nicht, denn sie hat nichts zu sagen Na gut Das noch und das Genau Dann satteln wir mal auf Ach genau, und ähm Ja, Slime Castle oder Ja, ne Ach komm, wir machen jetzt so ein Slime Castle Das reicht sogar gerade so von den Steinen Dann haben wir aber keine mehr Was war es denn noch, ein Iridium Barren und Shit, 10 mal Quartz, kann das sein? Refined Quartz, ich glaube so viel haben wir gar nicht Fuck 7, allerdings könnten wir noch easy Ach komm, wir machen einfach mal Ja 6 und So, die gehen natürlich auch relativ fix Dann sind die fertig, ne Mal schauen Wir kümmern uns jetzt erstmal wie gehabt um die Tiere Und gucken mal ins Gewächshaus Und vielleicht holen wir uns echt noch so ein Slime Castle Ah, ich glaube gestern gab es Pilze, ne Deswegen, heute müsste leer sein Genau Na Da können wir gleich nochmal rote Beete nachlegen So So, da sind die ersten Potatoes fertig Hier müssen wir noch gießen Der sieht irgendwie Genau, ich wollte gerade sagen Irgendwie sieht der fertig aus, ne So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mal tun wir jetzt Wir brauchen zwar nicht ganz so viel Aber ich mache es trotzdem jetzt 8 mal Cool, wir kriegen ja auf alle Fälle noch alles rein So Das weg Bok Choy Sehr schön Das geht So, dann machen wir das Ich verkaufe jetzt mal nur die goldenen Ach komm, die silbernen auch noch Was soll's Außer die Genau, die heben wir auf Und die natürlich auch Den auch Weil wir da jetzt aktuell nur einen haben Inventory full Okay Aber Huch Ne Alles richtig, ne Genau Da kommt wenigstens mal wieder etwas Cash In die Tasche So, wir müssen das aber erst mal verkaufen Weil wir sonst keinen Platz mehr haben So, aufpassen, dass wir jetzt auch das Richtige nehmen Ach Mist, das hätte noch in die Truhe gemusst Ganz vorsichtig Ich würde das gerne irgendwie so locken können Dass man das überhaupt gar nicht verkaufen kann Aber Das geht leider nicht So, da ist mal wieder Maple Syrup und Oak Resin fertig So, jetzt können wir das Ei gleich mal reinlegen Ich bin mir nicht sicher Ich glaube, schlüpfen dürfte das nicht Ach, der Hase versperrt auch gerade den Weg Ich glaube, wir kommen nicht drum herum Noch ein Tier zu verkaufen Ach, Alter Das liegt jetzt auch direkt die Eier Sehr cool Das ist ja überhaupt Das ist jetzt ausgewachsen Das nur looks fein Also irgendwie sieht es dämonisch aus Aber okay Ja, cool Dann können wir jetzt angefangen Diese Eier ehrlich gesagt auch zu verkaufen Was haben wir denn? Wir haben Hasen haben wir zwei Wir haben vier Enten Und wir haben Eins Zwei Drei Vier Chicken Eins, zwei, drei Ja Hm Hä, habe ich mich dann verzählt? Warte mal Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Ach, wir haben fünf Enten So rum Okay, ja dann So leid es mir tut Drei Monate Mal gucken, welche am längsten bei uns sind Drei Drei Vier 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 Ja, sorry Bro Aber Eine muss jetzt einfach mal weg So Dann ist Platzgenau Da haben wir nämlich zwei davon Dann haben wir vier Enten Vier Chicken Zwei Hasen Und zwei von denen Genau, das ist Das tut dem Autistischen Herz Ganz gut Ja, das erste Voideck würde ich dann tatsächlich Was wir jetzt hier gerade gefunden haben Das würde ich tatsächlich auch verkaufen wollen Beziehungsweise Wir können natürlich auch mal so eine Void Mayonnaise draus machen Ach komm, das erste wird verkauft Weil ich glaube, das muss ich da auch einreihen In diese Übersicht Das passt Dann wollen wir mal wieder hier rüber gucken Heute geben es wieder beide Hallo Pregnancy Ach, okay Ne, ist ja Ne, stimmt Genau, das war so eingestellt Heute haben echt alle Milch gegeben Krass Genau, wenn man da nämlich draufklickt Dann ist es glaube ich Nämlich nicht mehr gestattet Oder? Genau Aber irgendwie Ich glaube hier Der Stall ist voll Zwo Vier Sechs Acht Weil der so riesig ist Warum werden die eigentlich nicht schwanger? Heißt das, wenn die keine Milch mehr Ich verstehe es irgendwie nicht so ganz Wir können es natürlich mal testen Wir testen es mal bei den Schweinen Was ist eigentlich da? Die müssen eigentlich auch Nachwuchs zeugen können, oder? Low Pregnancy Ich mache das jetzt einfach mal Weil ich meine Wir haben die jetzt schon wirklich eine Weile Und Nachwuchs haben wir bis heute nicht Ich mache das jetzt einfach so Und wir gucken mal, was passiert Vielleicht muss man das irgendwie Wobei gefühlt würde ich jetzt sagen Okay, wir haben es jetzt verboten, ne? Mit dem Kreuz Mal schauen, was wird Achso, na klar Ich packe jetzt erstmal alles rein Was hier rein muss Und dann nehmen wir das wieder gezielt raus Das macht es irgendwie einfacher Genau, so, ne? Dann brauchen wir Sechs Eier Und so viel Milch Wie wir kriegen können Das war es schon, ne? Genau Und einmal zumindest das Achso, genau Und hier können wir eigentlich auch noch was reinlegen Was haben wir denn noch? Also ich glaube zwar nicht, dass das funktioniert Aber ich versuche es jetzt mal Ne Das passt da nicht rein Das ist Artisan gut und Wahrscheinlich alle Vegetables passen da rein, ne? Das würde bedeuten Auch diese Artichocke Hot Pepper Jelly Hm Tatsächlich, okay Mal schauen, was da so rauskommt So, jetzt noch die Milk Und Das kommt wieder hier rein Und dann haben wir es eigentlich, glaube ich Ich würde sagen, wir nehmen mal noch Das und das mit Beziehungsweise wir können auch das mitnehmen Das packen wir gleich oben rein Genauso wie das und das und das Genau Hm Ja, machen wir erstmal so Vielleicht sollten wir den Seed Makern auch mal wieder was zu tun geben So, ich hatte gesagt Fünf Heben wir auf Und genau Das heißt, das verkaufen wir Ach, hier haben wir auch noch Go Cheese Ja, wir können Lea auch mal tatsächlich mal wieder was schenken Hm Das passt hier noch rein Und Aus dem Bok Choy sollten wir auf alle Fälle Seeds machen Das packen wir jetzt mal da oben rein Das Seed as Fruit Genauso wie das Okay Genau So hatte ich mir das vorgestellt Das kommt Ne Das kommt hier rein Genau Okay, dann holen wir uns das nochmal Irgendwo her Wo haben wir denn was? Wahrscheinlich hier drin Machen wir hier draus auf alle Fälle mal noch Seeds Und aus den Chili machen wir mal noch Seeds Und Ach, komm, wir nehmen die Bohnen mal noch mit Wir nehmen einfach alles mögliche mal mit Um Seeds zu machen Können wir da unten erstmal in der Kiste lagern So, haben wir das Genau Dann würde ich sagen Gucken wir den Keller Sehen zu, dass wir die Dass wir Refined Quartz rauskriegen Und dass wir dann noch zu Lea kommen Und natürlich vor allem Was noch eigentlich viel wichtiger ist Dass wir noch in die Bücherei gehen Ähm Ja, ne Ich glaube Das kann hier noch rein Gut Dann noch das da rein Das mit dem Ei Das machen wir später So, und wenn wir schon runtergehen Nehmen wir uns direkt mal noch das mit Das waren aber noch nicht alle Wir brauchen noch vier Genau Das sieht nicht aus, aber gut Erstmal jetzt da hoch Oder erst mal Ach komm, wir gehen erst mal in die Bibliothek Denn es ist schon drei Das ist gerade wichtiger als Das Slime Castle So, und dann gucken wir auch gleich nochmal mit den Goblin So, es ist natürlich hier immer schwierig Die Bücher klar zu definieren Was hier was ist, ne So, das ist Marni mit einem Buch Über Tiere Fischermen Das war so ne Geschichte Und dann Wow, das Slime Has really become great Thanks for your help Goblins So, known as Goblin Seems to Hmm, hmm Charakterize Screens Grin You know Initial frightening For a kid Despite their unsettling Appreliance Goblins Passes Intellectual And emotional Capacity Akin to Humans Trouble Learning Our customer Language Goblins Friendly Shown Infusionally Centuries Of distrust And ill Threatment For a human Employ Witches A kid Threatment Large Conscious Of grub Meat A traditional Goblin Diet Largely Consists Of grub Meat Typically From the Large And juicy Grub Irgendwas Native To the Goblin Home Forest On special Occasion Goblins Will In Ludge In An Item Called Void Mayonnaise Wir haben Das Egg Noch Nicht Verkauft Dann Verkaufen Wir Das Auch Nicht Machen Tatsächlich Daraus Erstmal Die Mayonnaise Tja Und das Mir ist so Als ob Das Fishing Buch Irgendwie Hier War Technology Report Da ging es Um Diese Crystallarium Sache Glaube Ich Hier Legendary Fish Genau Das Ist Was Ich Gesucht Hab Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Stelle ist, wo wir waren Wir haben halt nie wirklich erfahren, was Arrowhead Island ist, aber die Vermutung liegt halt echt nahe, dass es diese eine Insel ist, die wie so eine Pfeilspitze aussieht Willi könnten wir ja mal fragen, aber naja So, mal schauen, ob wir jetzt noch Lea erwischen, äh Lea, äh Robin Ich befürchte fast, es ist schon zu spät Aber Versuch macht klug Ach yes Sehr schön Sehr, sehr schön Okay Okay Tatsächlich alles so, wie ich mir das dachte Das Eisen hätten wir also nicht gebraucht So wird Das wird doch uns sicherlich recht groß sein, ne Naja, ist es So, und da hatte ich ja schon von vornherein gesagt, das hätte ich irgendwie gerne hier unten links Und so soll es auch sein Ich würde sagen, so Ist das Ganze rund Oder vielleicht doch eher hier hoch, aber das ist dann so verschenkter Platz mit da unten eigentlich Ach komm, wir platzieren das erstmal hierhin Können wir dann immer noch umsetzen, wenn wir Bock haben Hauptsache wir haben das erstmal Slime Hatsch, so, nicht Castle Ich weiß auch nicht, warum ich da mal auf Castle komme Wahrscheinlich was wie so eine Burg aussieht So, Clint werden wir jetzt nicht mehr erwischen Okay, dann würde ich sagen, reiten wir jetzt eigentlich schon wieder heimwärts Und kümmern uns um die Void Mayonnaise Beziehungsweise Wir könnten natürlich auch nochmal die Ange schwingen Haha, Mist Na komm, wenn sie uns schon mal über den Weg läuft Das bezweifle ich ja irgendwie fast, aber gut Also einmal bestimmt in der Bar, aber zweimal kann ich mich jetzt gar nicht in den Sinn Aber wer weiß Ach doch, wir hatten ja glaube ich auch schon mal Hopfen in die Hand gedrückt oder so Naja, wir wollten schon alles in der Richtigkeit haben So, Arrowhead Island Das ist ja nur ein Teich mit Stieg Ist mir jetzt irgendwie falsch, ja, ne? Ja, das muss das sein Achso, und dann aber zaudern Hier also Okay Make your catch more secure causing the fish But you Achso, slow weak fish Okay, dann ist das eh nicht so schlau Okay, dann versuchen wir jetzt direkt mal die neuen Köder Premiere Das ging fix Ach shit, wir haben auch vorher vergessen Naja, egal Sebastian, glaube ich, wurde ein Walleye, ne? Vielleicht mal ein neuer Rekord Ach, ich glaube, die Quest ist schon abgelaufen Er ist eh nicht so wild Das waren 350 Gold, glaube ich Aha Guck mal an Oh Mann, ey Oh Mann Ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe Alter Ey, ernsthaft Wie soll das gehen? Ich habe keine Ahnung Das ist einfach ein Unding Das ist nicht möglich Die Bewegungen sind nicht vorhersehbar Das ist der Sinn und Zweck der Sache wahrscheinlich Aber Jetzt macht die Ehe schon Probleme, oder was? Oh Fuck, ey Echt, keine Ahnung Ich weiß nicht Gefühlt fehlt noch irgendwie ein ganz besonderer Tackle Der uns Der uns Entweder diesen Balken noch viel größer macht Ja Oder den Fisch verlangsamt Oder die Bewegungen anzeigt Ich habe keine Ahnung Es ist natürlich cool, dass wir ihn hier so oft Ja, es ist cool, dass er so verhältnismäßig oft anbeißt Aber es bringt halt auch nichts Okay, unsere Tackle ist kaputt Das sehe ich gerade Wir packen jetzt mal noch das Teil daran Wenn wir das auch eigentlich mal los Aber Works best on slow weak fish Deswegen wird das hier wahrscheinlich uns nicht viel bringen Hä? Was macht das denn denn jetzt? Okay, also irgendwie Das ist jetzt ganz seltsam Das erkennt ihr jetzt natürlich nicht Aber Das Angelverhalten ist jetzt total anders Durch diese Durch diese Durch diese Huck, die wir da gerade angebracht haben Als ob die gegensteuert oder so Ich weiß auch nicht Ich kann es noch nicht ganz deuten Okay Wahrscheinlich deswegen Und slow weak fish Das Teil bremst irgendwie ab Irgendwie ganz Ganz komisch Es bewegt sich so zäh Hier, ich drücke jetzt die ganze Zeit Und es passiert gar nichts, ne? Das ist ja strange Ich musste gar nichts machen Also ich habe die ganze Zeit Die Maustaste durchgedrückt Aber ihr habt ja gesehen Der Balken blieb, wo er war Nämlich beim Fisch Naja, das ist natürlich auch schwachsinn Aber Das ist ja voll strange Ja, der Haken setzt sich dann irgendwie so fest Und dann reagiert er ganz langsam Also ich glaube, mit dem Ding ist der Legendary Fish Auf gar keinen Fall zu catchen Wir lassen uns jetzt erstmal Wir wissen jetzt auf alle Fälle, wo wir ihn finden Und dass er da ist Aber, äh, keine Ahnung Ich würde dann am, also morgigen Tag Würde ich es nochmal versuchen Einfach weil es Die letzte Möglichkeit Jetzt in diesem Jahr ist Und dann dauert das ja wieder ein bisschen Aber Ich rechne uns da aktuell irgendwie nicht so große Chancen aus Weiß ich nicht Man müsste da vielleicht echt mal mit den verschiedenen Tackles noch rumprobieren Das ist schon echt nicht ohne So, bevor wir ins Bett gehen Machen wir uns zumindest die Void-Mayonnaise schon mal so ready Dass wir die am morgigen Tag dann auch haben Ach, das wollten wir noch verkaufen, ne? Fuck Das lasse ich mal kurz hier drin Ähm, gut Das lassen wir jetzt auch mal Das können wir auch morgen in Ruhe machen Das sind auch schon wieder fast 5 Minuten über der regulären Sendezeit So, dann haben wir den und den weg Genauso wie das Das brauchen wir auch nicht Okay, ich habe das Gefühl, irgendwas noch machen zu wollen Aber das Wichtigste war jetzt tatsächlich die Void-Mayonnaise Okay, dann gehen wir erstmal schlafen Morgen ist der letzte Wintertag Und dann beginnt Jahr 3 Alles klar Dann verabschiede ich mich für diese Episode Bis zur nächsten Kenner deiner Pixel